Bei einem Wohnungsbrand in Altenstadt im Wetterau-Kreis wurde am Sonntag ein 47-jähriger Mann tot in einem Dachstuhl gefunden. Die Leiche konnte identifiziert werden. Laut Polizei handelt es sich bei dem Mann um den Bewohner und ehemaligen Eigentümer des Hauses. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Ein Feuerwehrmann wurde jedoch bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Das Haus im alten Ortskern ist unbewohnbar. Die Brandursache muss noch ermittelt werden. Ein Hinweis auf einen Brand durch einen technischen Defekt oder Brandstiftung durch Dritte gäbe es allerdings nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt.